Eduardo Bertha, 1867 bis 1931 Eduardo Bertha studierte an der Academia di Brera unter Giuseppe Bertini. Aufgrund der symbolistischen Einflüsse während der 1890er Jahre wandte sich Bertha dem Puentilismus zu, welcher sein Spätwerk charakterisiert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab er die Malerei nach und nach auf, um sich der Konservation historischer Monumente zu widmen.